Moin, Tag und Hallo! Hier ist euer Jung van Latum Neerland van 17. Es hat sich wieder was Neues in mein Aquarium getan. Dazu kommen wir gleich. Dafür muss ich natürlich erst die Kamera drehen und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den Neuheiten. Die Spannung steigt meine Damen und Herren und da ist es. So wie ihr seht hat sich ein neues getan. Es sind zwei guppi weibchen und zwei da hinten sind die Platiweibchen dazu bekommen. Natürlich nicht nur die Fische sind neu, sondern auch hier die Pflanze, die Steine dort hinten, die habe ich ausgekocht und dann rein getan, die Schwimmhülle und diese Pflanze. Soweit ist mein Aquarium komplett. Hier sind auch, wenn man die jetzt nicht sehen tut, ich versuche mal da irgendwie dran zu kommen. Da hinten war eine gerade versteckt. Auch Garnelen drin. Das waren mal 15. Zeitung und noch 4. Schade an ich, aber die haben sich gut vergesellschaftet mit den guppis und platis. So ihr Lieben. Das war es dazu. Vielleicht kriege ich noch mal eine. Ich mach mal kurz auf Stop. So Leute, das ist nun mal ein kleines Aquarium. Mal auf die Nahe, dass ihr das besser seht. Leider finde ich gerade keine von den Garnelen, aber hier sind welche auf jeden Fall drin und auch da unten ist einer. Da unterm Stein. Ich versuche mal ein bisschen größer zu machen. Vielleicht kann man die erkennen. Irgendwo da vorne war sie. Zumindest da hinten ist er. So ihr Lieben. Das war es zu den Updates zu den Aquarium. Ich bedanke mich und lasst einen Kommentar da, lasst einen Kommentar da, ein Like und ein Abo. Ich sage mal bis dahin, tschau, euer Jürgen von Lattum. Musik 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 Musik